moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft forever stranded und ist eine blotnacht aufgegangen ist nicht und heute wollen wir ja gucken dass wir so ein bisschen erkunden und erkunden was also ich bin eigentlich auf der suche nach ich bin eigentlich auf der suche nach wie heißt es ich will ich will ich will gucken ob ich irgendwo zuckerrohr finde das kann ja jetzt nicht sein dass ich hier kein zuckerrohr habe wir brauchen irgendwie zuckerrohr und dafür will ich mal ein bisschen erkunden gehen ich habe meine slingshot dabei wir haben jetzt gerade wieder tag gemacht und ich will mal schauen in welche richtung wir uns bewegen ach so dass wir ja die karte war ja hier da ist die stadt und da ist der tempel sollen wir noch mal in richtung stadt gehen bei einer richtung wein wir brauchen ja gar nicht um in die stadt zu gehen brauchen wir gar nicht großartig gehen wir können uns darüber teleportieren und dann möchte ich mich mal hier ein bisschen umgucken was wir so was wir so finden könnten ob wir hier irgendwo also wenn man wenn man zuckerrohr finden möchte muss man ja auch irgendwo wasser haben ohne wasser gibt es ja kein gibt es ja kein zuckerrohr sogar und vielleicht haben wir glück und finden da irgendwie so eine alte wasserquelle oder so das wäre natürlich richtig nice ich habe auch in den kommentaren gelesen und das fand ich eigentlich auch gar nicht so gut dass es seinen kommentaren steht stand dass unter der stadt ein riesiger dungeon sei ja danke für den spoiler sag ich mal so dazu das war mir noch gar nicht so bewusst jetzt weiß ich es dankeschön also hin und wieder mal tipps geben ja ist ganz cool aber so einen richtig krassen spoiler rausknallen ich weiß nicht dass das muss nicht sein was ist das da ein wasserreservoir beziehungsweise da guck mal da ist ne da ist ne wassergeschichte also da ist ne was ist das hier und spin spinne und skelett also spawner krass mir ist auch extrem heiß gerade sehe stelle ich gerade fest aber hier ist ein spider spawner und auch und auch ein dings skeletts spawner das ist interessant was sind das für gebäude mir ist sehr sehr heiß gerade stelle ich fest aber hier ist ein brunnen ja hier ist ein brunnen das heißt hier könnte man das ist doch auch eine unendliche quelle jetzt oder hier ja das ist eine unter oh kann man so eine unendliche quelle herstellen oder ist das jetzt hier nur ausnahmsweise eine unendliche quelle weil keine ahnung weil das halt wo man sich gedacht hat ach komm wir machen mal eine eine im spiel wenigstens oder wird so eine unendliche quelle annie das war jetzt da drüben das war falsch ach nee ich kann das hier nicht rausnehmen ne ne alles klar das war das war tatsächlich ich hab's jetzt aus der mitte rausgenommen und dadurch das wasser dann auch entfernt das müsste ich wieder hinstellen okay jetzt ist das jetzt ist es wieder drin und jetzt fließt es auch leider nicht also doch keine unendliche quellen hier was nicht schlimm ist ne also muss auch sagen ich finde das eigentlich ganz angenehm dass es nicht immer unendliche quellen gibt das ist auch ein da sind kisten ne ich habe kein kein schwert dabei ich habe kein schwert dabei können wir mal ich würde mir mal hier ein ein teleporter setzen ein ein punkt ein marker ein waypoint new turn da werden wir da mal werden wir mal gucken ob wir uns da mal hin begeben irgendwann oder nicht lass mal so ein bisschen richtung norden gehen oder hüpfen oh nicht da rein die gibt es überall diese türme ne da sind jetzt auch schon wieder welche krass was sind denn das für türme da ist wieder ein palast äh ein tempel das ist ja interessant lauter tempel und paläste hier aber kein zuckerrohr oh guck mal da ist ne da ist ein was ist das denn für eine ruine oh cool was ist das zack ok bricks minecraft oh hier geht es runter äh wer ist hier ist das hier auch ein dungeon oh da ist ne kiste oh da sind äh da sind auch wieder monster da zombie alles klar also hier ist auch alles voll mit mit zombies äh und monstern und so weiter aber interessant das ist ja auch cool hier gibt es voll viele dungeons überall ne heftig heftig das ist äh das ist wirklich sehr sehr heftig krass was man so alles machen kann oder muss man sich dann nochmal ach siehst du ich wusste es irgendwann irgendwann knall ich nochmal genau gegen so ein teil und dann und dann erwischt es mich also wirklich sehr 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 viele dungeons oder höhlen wo man irgendwas erforschen kann beziehungsweise auch loot rausziehen kann ne wenn man jetzt mal hier guckt äh ja da sind auch wieder zwei gespawnt also da kriegt man ja auch ordentlich was an loot raus ich habe aber kein schwert dabei das ärgert mich ein bisschen aber auch selbst wenn ich ein schwert dabei hätte ähm würde ich glaube ich nicht so einfach da reingehen können aber wisst ihr was mir gerade einfällt ich habe gerade wieder so einen Moment wo ich mir selber an die Stirn fasse wir fliegen wir gehen mal wieder nach Hause ähm dip 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 oh und dann gehen wir erstmal in den Keller werden erstmal eine kleine kleine Runde abkühlen und hier mal den ganzen Shit einsammeln was wir hier so haben so das da rein das da rein das da rein das da rein alles klar äh einmal die Kühle an alles ist schon cool ne neben so einem Kühler und äh in einem Wasserloch rein da wird einem schon richtig schön kalt und zwar gehe ich mal ganz stark davon aus dass hier irgendwo da sind nochmal Sporen drin ich werde bestimmt irgendwo habe ich schon irgendwo habe ich schon Zucker Zuckerrohr Seeds irgendwo werden die wahrscheinlich schon sein ich habe die bloß noch nicht entdeckt beziehungsweise ich habe nicht danach geguckt weil ich halt nicht nach sowas gucke ne weil ich das einfach nicht mache aber hier sind bestimmt irgendwo schon Zuckerrohr Seeds bei das ist Pumpkin das ist Reis Gras Potato da sind nochmal ein paar Sporen die können wir gleich mitnehmen sind das unterschiedliche Sporen ich wollte gerade sagen Flachs Karotten Kaktus sind hier keine Zuckerrohr Seeds ey das ist ja ey das ist ja interessant dass es hier keine Zuckerrohr Seeds gibt kann ich dich essen ne kann ich dich essen oh ja das kann ich essen muss ich mir mal ein bisschen was essen mal wieder ich will mal die restlichen Sporen einsetzen ich glaube nämlich verteilt sich das nicht ach doch das verteilt sich doch aber ich glaube das wird erst anfangen mit mit und transformieren wenn das komplett umschlossen ist oder ich hoffe es ich weiß es nicht wir werden es gleich sehen so da ist noch ein bisschen hier kommt noch wieder ein bisschen Reis raus hast du was gegessen davon ich glaube du spinnst ähm genau ich brauche noch ein paar von den von den Dings hier so jetzt haben wir nämlich die Quest ist jetzt endlich fertig mit dem Rice es gibt Rice Baby siehste äh komplett komplett was achso ich muss auswählen ne entweder Toast oder Orange Sapling gibt es hier einen Sapling für oh Wasser auf jeden Fall ähm achso ich kann mir aus dem was auswählen entweder 10 Toast oder einen Orangen Sapling ich glaube ich nehme ich glaube ich glaube ich nehme äh wie was ist warte mal habe ich das jetzt fertig oder nicht no detected claim muss ich jetzt hier erst achso ich kriege das sowieso ah oh ja Entschuldigung ich habe mich vertan ich bekomme das erste sowieso und hier muss ich auswählen was ich haben möchte so aber hier gibt es ganz schön viel sehe ich gerade da gibt es jetzt noch eine ah ne gar nicht war gar nicht so viel so 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 viel Tea Kaffee Dragon Fruit Dragon Fruit so jetzt claim dann haben wir das auch erledigt nice jetzt könnten wir mal oh hier unten gibt es noch oh hier gibt es mehr oh guck mal need more Lonely Spawn Chicken ich brauche 60 64 seats und die werden konsumiert ok habe ich seats haben wir wie sieht das gerade aus mit Bungamil wir haben ganz ganz wenig Bungamil wir haben ganz ganz wenig seats und ganz ganz wenig Bungamil haben wir dieses andere haben wir Forestry drauf ja ne Forestry äh Forestry haben wir drauf Forestry und da haben wir ja da haben wir ja da haben wir ja da sind die da sind diese Schnuffis wo kommt die raus die kommen raus wenn man Kies wenn man Gravel durchsiebt dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen gucken dass wir mit unserer Siebeanlage die wir hier unten stehen haben umsteigen auf pass mal auf das machen wir mal aus weil die Kiste ist anscheinend voll dass wir mit unserer Siebeanlage umsteigen auf umsteigen auf ähm auf Kies weil da kriegen wir dann da kriegen wir dann den Dünger raus den hier und der ist gut der ist richtig gut weil damit können wir nämlich folgendes machen also wir brauchen ja eh immer schön kräftig viel Dünger oh nice nicer Scheiß das ist richtig geil passt mal auf jetzt können wir nämlich vielleicht kriegen wir jetzt dadurch die eine Quest schon erfüllt äh hab ich jetzt ah ne das war das waren Erze genau jetzt haben wir nämlich wo hab ich das andere hingelegt ach so das wurde jetzt doch nicht konsumiert hm ok ok dann hab ich das immer noch nicht verstanden was was wann konsumiert wird und was wann nicht und so also irgendwie irgendwie ganz ganz komisch so das da rein ich könnte Brot essen ne ich hab ja jetzt Brot in der Tasche oder kann ich daraus noch was besseres machen als das was ich jetzt gerade hab ich könnte das natürlich für Burger benutzen wenn ich den ganzen Stuff hätte oh oder ein Sandwich oh oder oh oh da würde richtig was gehen oh alles klar das hab ich aber alles nicht also gönnen wir uns mal so ein Brot und sind damit erstmal glücklich so das hier kommt hier rein das auch das auch die Saplings kann ich da nicht reinwerfen aber ich kann jetzt folgendes machen sollen wir warten bis Tages ne brauchen wir eigentlich nicht ne wir können nämlich jetzt hier da haben wir ah ne das müssen wir erstmal umgraben oh hat er vergessen umzugraben der blöde Tizian hat er vergessen umzugraben da ist die ho 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 so einmal das dann kommt das da rein und jetzt sehen wir zu dass wir hier ordentlich ordentlich was durchjodeln genau das war es nämlich schon und wir haben es geschafft naja jetzt nicht so viel aber ein bisschen was langsam langsam nährt sich das Eichhörnchen das Problem wird nämlich sein diese Seeds bekomme ich hier draußen nicht nicht hergestellt ohne dass ich dabei bin weil immer immer wenn ich glaube ich die Vanillasachen aufstelle dann gehen die kaputt und das bringt mir dann nicht viel so wir haben aber ganz viele ganz viele schöne Bäume ne die könnten wir eigentlich mal einpflanzen und mal gucken was wir da dann rausbekommen habe ich noch wieder Erde ich glaube ich habe hier da ist nur ein Block ansonsten habe ich keine Erde gerade ne ne ansonsten haben wir gerade keine Erde da ist auch nichts ich glaube die ganze Erde die ich so hatte habe ich glaube ich alles komplett auf ne da ist noch einer ansonsten würde ich sagen habe ich die komplett aufgebraucht ne ja alles klar dann gucken wir mal dass wir diese diese Bäume die ich jetzt habe mal einpflanze an einer schönen Stelle so wie hier zum Beispiel da können wir zack zack da machen wir mal den Orangenbaum hin und hier kommt auch ein Baum hin aber nicht der sondern Dragon Fruit so dann kriegen wir hier nämlich zwei schöne neue Bäumchen und da bin ich gespannt was wir da rausbekommen wie sieht das hier aus wo ist das ganze Holz oh hat er das Holz benutzt um als als hat er das Holz als Fuel konsumiert das ist natürlich scheiße dann hat er ja dann hat er ja richtig gut gearbeitet nicht dann hat er ja richtig gut gearbeitet nicht wenn er das Holz konsumiert also tatsächlich ohne ohne irgendwie ein System was was die Sachen da rausholt ist das halt hier irgendwie nicht so toll ne weil er würde halt alles aufkonsumieren oder man muss halt immer wieder rangehen und das rausholen halt im Auge behalten ne seine Gerätschaften im Auge behalten so der kommt erstmal da wieder rein das kommt da hin ich werde das Weizen nicht los aber das könnten wir eigentlich mal so was kann ich daraus machen einen Kuchen können wir daraus backen beziehungsweise wir können Energie gewinnen Kompost auch gut was ist das hier alles klar können Brot daraus herstellen oder auch Kekse die aber nicht sehr sehr viel bringen okay ach so kann ich Mehl herstellen beziehungsweise Bütsch oh es gibt einen Food Journal oh nice Nudels Nudeln das ist ja cool Nudeln und dann kannst du daraus Spaghetti machen oh das ist ja geil pass mal auf wie viel warte mal geh nochmal oh ich wollte gerade sagen wo ist das hin äh das ist ja geil pass mal auf hier und dann war das ja wie viel brauche ich dafür ich brauche ein Messer Knife war ja eigentlich okay ein bisschen Iron ja ein bisschen Iron ne haha da sagt er wieder mal so da sagt er in seinem jugendlichen Leichtsinn ein bisschen Iron zack geht mal her wie viel haben wir denn hier noch an Iron das erstmal darüber das auch das auch das auch das auch wie viel Iron haben wir oh wir haben wieder 14 Iron das ist eigentlich ganz cool daraus können wir denn das machen habe ich hier noch Crushed Iron drin äh gesteckt einmal das Hämmerchen weil ich glaube aus das ne das kannst du nicht nochmal also wenn du das nochmal kloppt zerkloppt dann war es das halt eigentlich ne elf Barren kriege ich hier raus oder elf Ingets elf Ingets kann ich machen das ist Kupfer das ist auch Kupfer das ist Iron aber da ist auch nichts da okay dann hauen wir es mal rein und dann checken wir das mal aus also elf Stück kriegen wir jetzt ja raus elf ist ja auch ne das ist ja schon ein Schnack ne mit elf kannst du ja was anfangen meiner Meinung nach zock so coole Sache auf jeden Fall cool jo dann hätten wir hier noch ein Flint oder aus Kohle habe ich hier auch Kohle drin ne ne wir müssen mal gucken dass wir äh wir müssen da mal Kies rein machen ich glaube Kies ist ein bisschen besser wir müssten halt hier so eine kleine Produktionsanlage aufbauen dafür damit wir damit wir das ein bisschen geschickter hinbekommen alles aber also wir haben jetzt ja immerhin ordentlich Steine das ist ja schon mal ich glaube nämlich auch aus Kies kommt irgendwie mehr raus habe ich das Gefühl oder andere Sachen oder irgendwie coolere Sachen kommen aus Kies raus warte mal wir haben mal ein bisschen kaputt hier wie viel habe ich denn noch zwei Minuten haben wir noch heute da werden wir noch ich werde das mal den äh den Automatical ähm den User mal um den Mechanical User den werde ich mal ein bisschen umpolen oder wir müssen uns noch einen davon bauen noch einen aber dann brauche ich auch wieder einen neuen Hopper ne und bei dem was ich jetzt gerade an ich habe jetzt nicht so viel ich habe jetzt ja nicht so viel äh Iron ne obwohl wenn wir natürlich noch einen weiteren Mechanical User bauen dann haben wir auch wieder mehr Iron und so weiter und so fort ne also es ist ja es ist ja nicht so dass wir dass wir nichts nichts rauskriegen dabei so ich schmeiße den Sand erstmal hier rein zack da ist auch schon wieder ein Cactus Seed bisschen Gold ja Kakteen haben wir echt ohne Ende ne so jetzt bin ich mal gespannt was er aus was er aus Dings rausholt die Geschichte ist wir könnten das tatsächlich machen dass der auch anfängt zu kloppen ne oder halt noch eine weitere nehmen und dann damit kloppen wie gesagt das Herz extra live keine Ahnung das wollte er nicht annehmen als ich das vorhin mal ausprobiert habe ich weiß nicht was daran jetzt kaputt ist warum das nicht geht oh da ist aber auch jetzt da gerade das Ding das Sieb kaputt gegangen kann das sein dass ein Sieb bei Kies nicht so lange hält eigentlich schon ne eigentlich macht das keinen Unterschied ähm was haben wir jetzt hier eigentlich drin da haben wir das ist alles das ist alles Ernst und das ist alles anderer Stuff das heißt das einmal kurz rüber hier das auch das auch und dann werden wir jetzt nach und nach wieder sehen wie viel wie viel wir zusammen bekommen beziehungsweise müssen oh Entschuldigung und müssen dann halt beziehungsweise schauen dass wir ähm da war jetzt auch nur einer drin okay dass wir auch neue Sachen halt dazu bauen also noch weiter noch weiter automatisieren und so ähm wie sieht das hier draußen jetzt aus da ist Action da ist keine Action okay die Tür ist eigentlich unwichtig habe ich hier irgendwas gemacht ach ja Witchporter Witchporter will und will nicht ne ne da kommt nix schade dann brauchen wir den Atomic Reconstructor da müssen wir da müssen wir das einzelne was wir haben jetzt für den Atomic Reconstructor benutzen das nützt nix wir brauchen äh wir brauchen halt wir brauchen halt das äh wir bauen halt Seelensand ne da kommen wir nicht drum herum da kommen wir nicht drum herum kann ich das da reinlegen ja zack guti ich werde nochmal ganz kurz hier die ganzen Iron Geschichten ablassen und ja dann bauen wir uns einen Atomic Reconstructor ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür dass ihr wieder eingeschaltet habt danke für den ganzen krassen Support wenn es euch gefallen hat gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr möchtet sehen wir uns übermorgen bei einer weiteren Folge wieder bis dann tschüss